ich habe jetzt den power rs wieder drauf das ist der conti road attack 3 den habe ich jetzt runter gezogen und ich habe mir gedacht bei mir würden sie wahrscheinlich in der garage vergammeln also verschenke ich die doch passt mal auf der hintere ist jetzt seitlich durch in der mitte könnte man wahrscheinlich noch ewig fahren aber seit dieser durch ich schicke ihn aber trotzdem mit der vordere hat seitlich ungefähr noch etwa 50 prozent das heißt er ist noch für richtig richtig viel kilometer gut hier in der mitte sieht man sogar noch den den conti attack schriftzug wenn du diesen reifensatz geschenkt haben willst dann musst du nur einfach folgendes tun dieser beitrag hat ein like verdient du musst abonnent auf meinem youtube account sein und du musst kreativ sein du setzt hier unten runter ein sehr sehr kreativen kommentar warum du diesen reifensatz kostenlos von mir haben möchtest ich entscheide in einer woche wer der kreativste war und wer diese reifen geschickt bekommt wenn du meinen youtube kanal hier kostenlos abonnieren wird klickst du hier unten in der ecke und wenn du bock hast noch ein weiteres video von mir zu gucken klickst du da unten in der ecke macht's gut bis zum nächsten mal tschüss